Was bedeutet für dich die Nomination jetzt als beste Darstellerin? Also mir bedeutet der Film wahnsinnig viel, weil ich da ganz viel, also ich glaube es ist für uns alle ein Riesen direkt gewesen, und es war wahnsinnige Reise, und wegen dem freue ich mich, nominiert zu sein. Allerdings bin ich auch ehrlich gesagt enttäuscht gewesen, dass nur Schauspieler, Modell Jules Wassmann und ich nominiert sind, weil ich finde Kameras, Regie und Filme einfach als Gesamt hat mir auch nicht eine Grundspieler für das Gefühl. Was hat dich gereizt von der Rolle von Barbara Huth? Ah, also ehrlich gesagt bin ich ein bisschen erstaunt gewesen, dass ich die Rolle bekomme, weil ich ganz anders bin als Barbara Huth. Und das ist natürlich ein Riesen herausfordernd zu sein, weil die Frau so ein Camp drin ist, und weil sie so Schmerzen hat, und weil sie ein Stockbrot, und weil sie Profi geht, und scheinbar unfreundlich, und trotzdem hätten wir sie gerne, und man weiss auch immer warum sie das macht. Aber das ist so ein bisschen spannend, ich habe mich auch so eine Frau als Frau zu spielen. Jetzt darf ich mich einfach Zeit ramieren. Dankeig. offenquierte Vielen Dank.